Mh, nur Leben, los geht's! Das ist eine gute Sache. Ich habe wieder den Scheiß hier. Ja, genau. Nein. Das ist so unfair. Ja, die Attacke ist noch unfairer als das andere. Ich musste diese beiden Eisklötze vorher kaputt haben. Ja, komm. Du hast meinen... Die Spitze meines Fußes berührt. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ich würde den schaffen. Der tippt mich auch jedes Mal. Lass dir nicht Energie fallen, oder? Nö. Soll ich hier auch irgendwas Energie fallen lassen? Oder... Energietank-mäßig mal irgendwas. Oder mein Leben erhöhen. Das wäre auch mal schön. Ich meine, er ist nicht schwer. Ist im Prinzip nicht schwer. Das einzig, wie fair an der ganzen Kacke ist... Ähm... Ich mache jetzt immer alle Gegner in der Hoffnung, ein Leben zu kriegen. Äh... Dass er so abstrus viel Leben hat. Im Gegensatz zu mir. So... So... Komm da runter. Ja, genau. Ich... Ich mach dich kaputt, aber du lebst trotzdem. Hey! Was zum... Was geht da? Jaaaaa! Waffenenergie! Ja, lass mich auch jedes Mal von dem Link treffen, ne? Da, 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 da. Da, 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 da. Komm da runter. Stirb. Das nächste da. Stirb. Energie, danke. Energie, danke. Kaputt. Geht auch kaputt. Auch kaputt. Arsch. Putt. Ah, große Energie. Schön. Da schaust wir ein bisschen durch. Ich weiß immer noch nicht, was der Roboter macht. Ist hier irgendwas, was der kaputt machen könnte? Kann der Ding hier schieben oder so? Hey. Ah. Kann die dir... Hm. Wenn ich den hier hochkriegen könnte, dann wäre das... ...interessant oder? Oh, das ist ja was, aber... ...fällt mir garantiert irgendeine Fähigkeit zu... ...das hier runter zu machen. Ich kann's ja nicht. Vielleicht denn, da brauche ich eine Fähigkeit, noch einen anderen Boss für. Dann kann ich die Dinger hier oben kaputt machen und da ist irgendwas Tolles drin. Ich will aber darüber wecken. Oh, ich kann bestimmt garantiert noch was zurück. Dann muss ich das später machen. Ja, ich bin in den Autosave-Bine geslidet. Und ich hab meinen Schuss vergessen. Yeah. Jetzt hat mich noch nicht der Schneeball getroffen, sondern... ...die Scheißen, ich hab wieder nur so saumäßig... ...fühne Energie und wieder hier durchgerusht. Würde ich schon sagen. Patriot Bingoing, wie geht's dir denn? Stage is easy, bloß du bist scheißen einfach... ...scheißen schwer. Hopps, 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 dooms, 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 dooms... ...das ist mit den Scheiß... ...damdamdamdamdam... ...nein, ich hab vergessen zu... ...ich hab zu spät zu springen gedrückt. Was muss noch bei mir funktionieren? Poppola... ...OPPS, whoops, whoops, whoops... ...Ste Lets... ... pienst-die... ...das-at ehkä nicht ganz normal dran stehen...? Wow, ja genau deswegen... Hops, da, hap, 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 hap. Ja, jetzt muss ich den einschießen. Ja, genau. Genau. Mhm, eine stehende Eisstatue kann mich kaputt machen. Cool. Ist ja echt interessant hier. Yay. Meine Fresse, ich... Ich glaube, nach Chill-Püren mache ich heute schon Schluss. Leck mich am Arsch. Wer ist... Also, ich bin tatsächlich... Wer ist nun nicht weiß, ich bin... Denn sowas ist ein ziemlicher Nuru. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, dieses Spiel absolut null Safesales zu verballern, weil es... Es ist ein Gameboy-Spiel, immer noch ein eigenes... Nein. Gameboy-Spiele sollten doch eigentlich nicht so... extrem schwer sein. Du blöder Hund. Ja, genau. Jetzt muss er sein Eisdinger wieder... ...kaufen. Ja, warum macht er die... ...jetzt ständig? Ja, komm. Was ist denn da denn? Wir haben einen Deez. Ja. Jetzt macht er wieder seine Eisteile. Dieser Boss ist echt nett. Da haben wir die Stage-Warp-Puppen einfach. Aber der... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Problem mit dem. Vor allen Dingen... Die Attacke ist ja... Ja, ja, lame. Irgendwelche... ...Ace-Man-Nachmacher. La 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 la... Button-Masching. Nein. 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 Nein, das ist... Nein, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja. So eine... ...dämliche Scheiße. Das ist nicht wahr. Der Typ ist nicht schwer. Ach, den kann ich von hier aus erledigen. Coole Sache, das ist gut zu wissen. So. Das ist schon mal gut. Da da, da da, da da. Dash, dash, dash. Dash, dash, dash. Hopps durch da. Dash, dash. Ja. Ich dash immer in den rein. Coole Sache. Ja, na, na, na. Ja. Aber wir haben... Ey, wir haben... Ich hab schon einen Fortschritt gemacht. Ich hab das... Einsteiger-Level... Ich hab das... Prolog-Level... Komm, da runter. Geschafft. Ist er wieder da? Nein. Hopps, hopps. Bin ich nicht gut? Ich hab das Prolog-Level geschafft. Hey. Ich würde ja... Gerne wissen, ob ich mir direkt den... Schwersten... Leben... Äh... Den... Schwersten von den Game Boy-Bossen rausgesuche. Weil, es gibt ja immer Unterschiede zu... Game Boy und Original-Konsole und... Du bist im Moment useless. Oh. Oh, Leben. Cool. Äh, was ausprobieren. Guck mal her. Hm. Ja, ist wieder da. Wow, warum fang ich nicht immer so an zu flacken, wenn der zweite ins Bild kommt? Egal. Ja, komm. Komm, komm. X, das schaffst du. Da ist der Schneeball. Da ist der Schneeball. Wow, ich hab's. Wow. Mit viel Leben. Super, die Stage ist so easy, dass die Leben hier ziemlich uninteressant sind. Yay. Wops, 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 wops. Warum jetzt schon? Das ist... Wops, 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 wops. Jetzt zieh' ich den eigentlich mit nem komplett voll aufgeladenen Schuss ab. Zwei. Gut zu wissen. Nein. Nein, 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 nein. Nicht der Scheiß schon wieder. Und direkt nochmal. Ja, ist klar. Komme. Wow, das war ganz schön knapp. Komme runter. Wow. Nicht der... Nee, hätte er mich... Nee, eventuell nicht. Aber... Das darf nicht klar sein. Ey. Wow, erster Boss und ich häng total fest. Aber ich will ihn als erstes schaffen. Das will ich jetzt. Das hab ich mir vorgenommen. Ich mach ihn als erstes. Ja, doch nicht so nah. Drei, vier... Da, 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 da. Geh wieder zurück in deiner Ecke. Hop, hop, hop. Boom. Okay, jetzt macht er wieder gar nicht das Heißdinger. Oh, da, 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 da war ein Fehler von mir. Ja, Alter. So, jetzt... Jetzt macht er die Ding wieder. Wow. So, drei, vier... Wumms. Ja. Diese Attacke kann ich so nicht... Warum macht er die überhaupt? Das ist... Der hat doch schon noch...